moin leute euer rizzi ist wieder am start heute haben wir einen ford ranger sehr schönes teil ist ein stammkunde von mir ich habe den auch schon mal poliert und ist leider ein typisches waschstraßenfahrzeug aber der lag sieht gar nicht so schlecht aus diesmal hat der volle pulle gebucht das heißt innenreinigung politur felgen versiegeln zwei schichten keramik kommen da drauf scheiben werden keramisch versiegelt und ja eigentlich volle hütte ich zeige euch mal eben die defekte ist nicht so schlimm weil wie gesagt ich habe ihn auch schon mal poliert also der lag sieht echt nicht verkehrt aus hier so ein paar sachen und ja also bleibt dran wir sehen uns später wieder bis gleich so 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 ich denke, das kann sich wieder sehen lassen ja, wie gesagt, war eine One-Step-Geschichte dann ist die Keramik von Surfaces drauf, das Ultima auf den Scheiben ist das Vitro-Ultima und auf den Felgen das Code-Rips Innenraum habe ich auch gemacht sieht soweit auch wieder alles takko aus ja, wir gucken uns mal eben das Beading an sehr schön Felgen können wir auch mal gucken ja, Reifenpflege habe ich von ADBL genommen die matte Version habe ich mich für entschieden Scheibenzeige habe ich das Beading noch nicht das habe ich gerade erst drauf gemacht das muss erst aushärten und ja Finish-Bilder wie immer zum Schluss ich danke euch fürs Zuschauen bis demnächst im nächsten masculin die Untertitelung des ZDF, 2020